yo 20s business ich erzähle euch heute mal wie meine einnahmen sind vom dezember und vom januar und ja fangen wir einfach mal an hier mit mit dezember letzten jahres da habe ich bei spreadsheet 2,50 euro eingenommen mit einem verkauf hatte ungefähr 300 designs online habt ihr ja vielleicht auch in meinem letzten video schon gesehen ja diesen januar habe ich jetzt 6,50 euro eingenommen mit zwei verkäufen das ist ein bisschen höher weil ich ein long sleeve verkauft hatte habe jetzt am ende des monats 1000 designs online und hoffe dass im februar dann deutlich mehr verkäufe kommen weil ich halt im januar 20 designs pro tag hochgeladen habe und ja hier meine gesamteinnahmen drei verkäufe 1000 designs und dann würde ich sagen springen wir mal kurz zu spreadsheet also hier kann man sehen mal hier im dezember der erste verkauf den ich hatte im gesamten t shirt business und jetzt hier im januar zwei verkäufe kann ich hier nochmal die 30 tage das ist nur 29 hatte ich hier nochmal ganz am ende noch mal verkauf und hier das war ganz am anfang des januars ich glaube vierter januar genau und dazwischen war gar nichts genau wie hier kommen wir zur mba da bin ich noch tier 10 hatte im dezember auch keine verkäufe und aber muss sagen hatte auch erst im januar richtig angefangen dann und ja hatte dann im januar ich glaube am 13 januar meinen ersten organischen verkauf hatte da zum glück auch die marge die marge relativ hoch mit 15,99 dann hatte ich 1,75 bekommen und hatte jetzt aber hier hier sieht man noch mal die ausgaben also ich habe mich freigekauft quasi hatte jetzt hier zwölf designs gekauft selber die anderen hatte ich durch private verkäufe und ja ich zeige euch das am besten noch mal im mba direkt ja also hier sieht man noch mal zehn designs online vier von zehn das stimmt nicht dadurch habe ich mehr und hier sieht man noch mal das sind alles private verkäufe und ja deswegen ist auch mal sind auch meine royalties sehr niedrig mit 7 cent weil ich natürlich an freunde und familie und so weiter die preise nach 13 30 gemacht habe und die produkte günstiger zu bekommen genau ja dann kommen wir auch schon zu meinem letzten kdp also bei kdp habe ich noch nichts verkauft hatte da im dezember ungefähr 20 designs hochgeladen also habe auch relativ spät ist angefangen im dezember damit und im januar habe ich jetzt ungefähr 120 insgesamt bei kdp also ich lade da immer nur die t-shirt designs hoch und ja genau habe dann jetzt gesamt im dezember 2,50 eingenommen im januar dann immerhin schon 8,25 Euro mit drei verkäufen und ja meine gesamteinnahmen bisher 10,75 Euro verkäufe 4 mit 1000 designs und ja ausgaben 519 einmal hatte ich noch wechselt habe ich gekauft im november glaube ich für 360 Euro das lifetime abo und wie gesagt das freikaufen bei mba und ja hier sieht man auch mal die aufteilung habe ich noch einiges vor um dann auf breakeven zu kommen und ja das war's mit meinem einnahmen video wenn es euch gefallen hat lasst gerne abo und daumen hoch da und ja bis zum nächsten mal